Feuerzeuge funktionieren meist prima, sind aber auch ein bisschen langweilig. Wie wäre es denn mal ein Feuerchen auf ganz ursprüngliche Weise zu entzünden? Wenn Sie mit diesem Magnesiumfeuerstarter das nächste Lagerfeuer in Gang setzen, sind Ihnen Bewunderung und Begeisterung sicher. Zum Feuermacher werden Sie ganz leicht. Zunächst kratzen Sie mit der Metallklinge oder einem Messer einige Späne von dem Magnesiumblock auf das Material, das Sie entzünden wollen. Anschließend streichen Sie mit der Metallklinge ruckartig am Feuerstein abwärts. Die dabei entstehenden Funken sollen auf die Magnesiumspäne fallen. Diese dienen als Brandbeschleuniger, die das Brennmaterial entzünden. Der besondere Vorteil? Magnesium entwickelt eine enorme Hitze, sodass Sie damit auch feuchtes Material in Brand setzen. So sind Sie mit dem Feuerstarter auch für Extremsituationen bestens gerüstet.